Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play Darksiders. Ich begrüße euch. Ja, falls ihr den letzten Part gesehen habt, dann wisst ihr wahrscheinlich noch, dass Fliegen nicht unbedingt zu Kriegsstärken zählt. Zumindest nicht, wenn ich ihn fliegen lasse. Dass wir Vulcrim kurz getroffen haben und ein Stück weiter Richtung Stygian gekommen sind. Wenn auch nur ein kleines, das gebe ich zu. Ja, da ich jetzt zwar eigentlich aufhören wollte mit dieser Aufnahmesession, ich allerdings jetzt wirklich neugierig bin, was mich davor erwartet, nachdem hier ja ein Speicherpunkt erstellt wurde. Ja, habe ich mir gedacht, was soll's, siehst du das mal an und nimmst deine 2, 3 Zuseher auch gleich mit auf diese Reise. Von daher genug gelabert, weiter geht's mit Darksiders. Viel Spaß dabei. Okay. Hello? Hello? Okay. Wow, holy, holy fuck. Was bist du? Äh, ich glaube, ich werde gleich mal Folgendes machen. Es wird zwar jetzt wahrscheinlich die völlige Verschwendung gewesen sein. Wobei... Nein, ich glaube, das war... durchaus nicht so schlecht. Weil das Ding... Schien ziemlich zäh zu sein. Und auch verdammt aggressiv. Ah, gut. Hoffentlich ist jetzt nichts ein zweites irgendwo. Dann habe ich mir nicht so ein leichtes... Problem. Kann man sagen. Hallo? Na ja, gut, ihr seid ja wirklich nur... What the hell, was ist doch das denn? Ach, nee, das wollte ich nicht. Ähm... Was sollte ich jetzt... Hm... Was hat's schon wieder einen Speicherpunkt? Also damit sind sie aber jetzt sehr großzügig. Ja, und warum bin ich jetzt hier hoch? Weil ich... Wenn's geht, nichts übersehen möchte. Aber es scheint, als wäre ich hier umsonst hoch. Toll. Kann ich auch auf der anderen Seite auch gucken, ob hier irgendwo eine Truhe oder so. Was war das? Hm. Aber es scheint hier tatsächlich nichts zu sein. Toll. Eine weitere Minute vergeudet. Aber ich glaube, da oben ist es doch sicherer als da unten. What the hell? Was bist du denn? Hm. Kann ich dich anvisieren? Nicht wirklich. Ah, jetzt plötzlich doch, oder wie? Ähm... Ja, das hat durchaus viel gebracht. Not. Genauso wie das. Was bist du denn für ein Vieh? Ach, lass mich raten. Wenn ich darunter durchgehen würde, dann würdest du das Ding auf mich knallen lassen. Gut, dann versuche ich dich mal anzumisieren. Natürlich. Natürlich. Hätte ich da jetzt nicht nach oben geguckt. Ja, dann wahrscheinlich gut macht. What the fuck? Äh, okay. Mein lieber Herr... Ding... Wesen. Eigentlich dachte ich, du wärst... Nicht mehr unter den Lebenden. Offenbar habe ich mich gedeutscht. Ich glaube, ich brauche das Ding. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das nicht bewegen. Äh, kann ich hier mit einem Handschuh? No, kann ich nicht. Ich kann doch... Was ist, wenn ich da einfach oben bleibe? Ich glaube, das war keine gute Idee. Äh, what the fuck? Okay, jetzt muss ich aber irgendwas damit auf sich haben. Muss ich mich doch da irgendwo dranhängen? Komm, einmal noch. Weil es ist ja so Spaß macht. Ich bleibe jetzt einfach mal hängen und lasse... Und bat, bis mich das Ding wieder hochzieht. Ich meine, was soll schon schief gehen, ne? Moment, was ist das denn? Okay. Okay. Komm ich da rüber? Oh, okay. Alles klar. Super. Sehr schön. Ähm, allerdings... Oh, no. Okay, ich werde wahrscheinlich... Äh. Ja, das dachte ich mir schon. Wobei ich mich gerade frage. Ja, ist alles schön und gut. Aber was hat mir das jetzt... Speziell gebracht? Ähm... Oh, wait. Wait. Das ist zu hoch, ne? Ich kann ja nicht rauf. Was zum Henker? Hm, hm, hm. Oh, da ist auf jeden Fall... Okay, dann werde ich sowieso noch mal auf die andere Seite gehen. What? Mit so... Wieso hast du dich jetzt nicht festgehalten? Kannst du mir das bitte verraten? Moment, warte, habe ich das noch mit Kletterern? Ah, ich kann... Kamera, FTW. Kann ich jetzt nicht gucken. Ja, dann hebe mich wieder mal hoch. Dankeschön. Das sieht wirklich nach einer Wand aus, glaube ich. Ich glaube, ich komme auch von hier nirgends. Ah! Wow, 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 wow. What the hell? Kann ich hier irgendwas amüsieren? Irgendetwas? Hm. Oh, no. Ja, liebe Leute, es tut mir leid. Es wird wieder mal so ein richtiger... Kein Plan. Oh, what the hell? Blutbad. Krieg wird mehr und mehr von Hasserfüllung generiert. Noch schneller Chaos. Oh, sweet. Das ist mal... Ja, das ist schön. Hast du es immer gut? Langsam kriege ich. Aber es erklärte mir jetzt nicht so wirklich, wie ich hier rüberkomme. What the hell? Von hier komme ich doch auch... Ach so! Ah, naja, ja. Doof. Äh, ist jetzt die Frage, muss ich erst da rüber oder kann ich direkt rüber? Es sieht schon sehr weit aus für direkt. Ich weiß es nicht. Ach komm, wir sind ja keine Sissi hier. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Ach, easy. Easy going. Ist das drin? Äh, das sieht nicht wirklich aus. Danach, gut. Dann kann ich ja wohl hier weiter. Äh, kann ich das schon hoch oder muss ich erst? Ach so, nee, ich muss rüber. Alles klar. Da kann ich gar nicht hoch, wie es aussieht. Ich muss hier rein. Ah, ah, okay. Fein, fein. Hier wird wahrscheinlich auch gleich wieder mal ein Speicherpunkt kommen. Und irgendwas höre ich da in der Ferne schon wieder krummeln. Hello? Oh, okay, dich habe ich gehört. Aber ganz ehrlich, nach jedem Gegner hier irgendwo ein Speicherpunkt, ja? Dann hier die Tiefe schlechthin, ja? Also hier Loch ohne Boden. Blö, da gibt es kein Spiel. Nö, warum auch? Ich meine, brauchst du ja nicht, ne? Oh mein Gott, hat es hier viele Kletterwände und dergleichen. Oh shit. Ja, aber liebe Leute, ich denke, ich werde das auf den nächsten Part verschieben. Weil so ganz gefällt mir das jetzt hier einfach nicht. Und, oh Gott, ich weiß ja nicht, man kann ich... Ne, da kann ich mich, glaube ich, nicht festhalten. Oh no. Ja, es sollte ein interessanter nächster Part werden. Gut, interessant vielleicht nicht, aber auf jeden Fall, ja, fehlbehaftet, denke ich mal. Gut, aber so viel dazu für den Moment. Ich hoffe, der ein oder andere hat vielleicht doch ein bisschen Spaß daran. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich wieder begleiten würdet. Denn es heißt, let's play Darksiders. Bis dahin. Ihr wisst es, ihr habt es oft genug gehört, wie immer. Wünsche euch einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.